So, jetzt sind wir hier. Was ist hier? Gar nichts. Bun! Ich kann heute nicht spielen. Vielleicht liegt es an dem neuen Gamepad, ich weiß nicht. Batman! So, was gebe ich hier oben? Au, schließt mir nicht den Hintern auf! Hey, kann Wettmann einsaugen? Und groß im blauen Rubin halten! So, das ist dann auch die Treppe, die nach oben geführt hätte. Huch! Seelarquelle! Hallo! Hallo! Oh! 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 sprich mit mir also was ist das ein großer wind hier kommen wir wohl nicht weiter was sollen wir nur machen ich habe eine idee also fest die alter über den wolken ich lebe noch link du wagermut hast auch seine ganzen stürze ich einfach in den wirbelsturm das hätte unser ende sein können so etwas deine wachhaltigkeit hat sich offenbar doch gelohnt ist hier am ende die welt über den wolken hier muss es etwas geben das zum element führt suchen wir danach hallo ich suche gerade nach der stimme moment wie geht denn das du kannst ja wolken gehen obwohl du von der erde bist aber was macht noch was mich nach mir wunderte ich war mit meiner schwester auf die mini fest ja ich erinnere mich an euch und auf dem rückweg war beim alles voll ungeheuer normalerweise wegen günstiger wien wenn man auf dem fragmen das auf dieser wolken taffen abgebildet ist fragmente vereint doch wegen der ungeheuer können wir keine fragmente suchen war der tatsächlich schon mal verändert und auch nicht dorthin gelangen wo man fragmente beeint du bist doch stark suchst du ein paar fragmente für uns und fein ich sehe fragmente feinen mit zu groß kann man verkaufen an den zirkus golden ungeheuer so geht er jetzt nicht von dort was machen wir nur was machen wir nur na nun wenn du als mensch von der auf den wolken gehen kannst musst du ein guter mensch sein ich habe ein problem ich war mit meiner warte mal oder kein wind mehr jetzt kommen wir nicht mehr nach hause ja hat uns seine schwester schon erzählt stratus stratus 120 wir sind auf dem rückflug ich hab keinen bock jetzt da runter zu gehen machen wir auf dem rückweg wir sind wenn ich jetzt du sagst komm her neulich es gibt und trägt die anzulocken genauso so wer diese Drehzülle immer ja hat Ewigkeiten gebraucht alle Fragmente zu finden und dann auch noch die richtigen Statuen so haben wir hier richtig jawohl ich glaube insgesamt brauchen wir fünf oder so jawohl so nummer eins ist erledigt fliege wieder wenn und und weiter fliege und runter nach Topment und und mysteriöse Muscheln und mysteriöse Muscheln und barrikade und stopp was gibt was für ein Zufall und hoher 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 äh an dieser Stelle mal klein kurz vor Ort die Lebensreibe macht die Götte kann er derweil mal ist nicht weiter laufen und Prozent warum ist die ich da aber einmal hier aufhörig verletzt und so Gegner kurz zu hoch Prozent ich spieler mit einer Haube mit einer Hand also nicht wundern ich guck gerade in wird hier noch bist du schon noch äh hier lang müsste ich mal hier runter ich hoffe wir schaffen das jawohl äh ich wissen äh entweder hier oder so haben wir drauf geschafft höh lasst mich runter kommt nicht auf den Abo immer an einen Fallschritt höh höh und höh und höh und höh und höh und höh und höh 50 höh die muss ich hier mein die settings gehen denn musik hier mal nr wirst du die Prozent das ist nicht das ist nicht mit wo es nicht Auto Kompli Prozent gehen wir erst millioner so Nummer 1 und Nummer 2 muss ich vielleicht hier unter Settings ja da ist es ja gut habe ich richtig eingestellt ich habe mich nur gerade gewundert so jetzt können wir wieder mit zwei Händen weitermachen ob ich denn wenn die Cam richtig eingestellt habe wir haben keine Fragmente und hol mich der Teufel wenn es das richtig ist und es ist natürlich nicht das Richtige Hö Menschenskinder so wie kriege ich das weg vielleicht Blasen oder Saugen muss doch gehen Quatsch da kommen wir jetzt aber nicht rüber deswegen war der ganze Scheiß so schwer man kommt immer nirgends wohin und dann wirst man immer nicht was man schon hat und was nicht und dann wirst da ja was passieren kann so das war das wenn man hoch wie komme ich jetzt hier weg äh äh ja ne muss ich da irgendwas übersehen haben komm schon nein nicht rollen wenn ich jetzt war nicht jetzt also Entschuldigung wenn es jetzt dauert aber ich komme gerade nicht klar so wo ich bin ich wu 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 So finden wir jetzt den Weg. Falsche Richtung, verdammt. Muss ja irgendwo hier gewesen sein. Bad vielleicht hier, runterspringen. Falsches Gebiet, hoch, 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 Musik. Hochgesprung, Wirbelschung. Das war ja noch hier. Und, oh, geht's hier weiter. Nüppel. Da muss ich hin. Da kann ich weiter. Hoffentlich. Höh, nein, komm ich nicht hin. Vengeance, genau. So, da komme ich nur hier hin. Fliegen wir mal ein bisschen rum, vielleicht finden wir ja was. Hoffentlich. Schaffen wir das mal. Jawohl. Na los, komm schon. Stark wieder Wind, schnell wieder. Weiß nicht. Nein, nicht schon wieder hier. Gut, verlieren wir halt ein Leben. Aber ich wollte jetzt nicht den ganzen Weg nochmal latschen. Waren wir schon hier unten? Mal so. Ach, Mensch. Ja, hier wird auch voll viel. Und... Komme ich jetzt überhaupt hier weg? Hallo? Hallo? Hilfe. Hilfe. Komm nicht weg. Komm, muss da irgendwie einen Weg geben. Höh. Wucht nicht. Ähm. Vielleicht so. Komm schon, wie kommt ich jetzt hier wieder weg? Ich sehe hier nichts an Ränder. Ich ziehe auch keinen Weg nach oben. Also irgendwie sind wir jetzt... So nicht. Nö. Bin ich hier in der Bug Area oder was? Hilfe! Ich bin gestrandet. Aber da kommt mir gerade eine Idee... Was ist denn, wenn ich jetzt... Moment, probier das mal. Nein! Das wollte ich nicht probieren. Komm her! Komm her! Komm her! Einer! Komm her! Ich bin drüben! Frischfleisch! 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 Ja! So, und die Weise... Diese Weise werden wir dann wahrscheinlich auch den anderen Ding kriegen.